Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1807 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Da ist ein fieser Pickel. Ich muss ihn ausdrücken, sonst verunstaltet er mein Gesicht. Da ist ein fieser Pickel. Ich muss ihn ausdrücken, sonst verunstaltet er mein Gesicht. Da ist ein fieser Pickel. Ich muss ihn ausdrücken, sonst verunstaltet er mein Gesicht. Bei diesem Patienten haben wir eine neue Therapie angewendet, die hauptsächlich das Immunsystem stärkt. Bei diesem Patienten haben wir eine neue Therapie angewendet, die hauptsächlich das Immunsystem stärkt. Ich bin überrascht. Es gibt Probleme mit dem Waschbecken. Das Wasser fließt nicht mehr ab. Es gibt Probleme mit dem Waschbecken. Das Wasser fließt nicht mehr ab. Es gibt Probleme mit dem Waschbecken. Das Wasser fließt nicht mehr ab. Mit der Hose habe ich noch nie ein Problem gehabt. Trotz der anstrengenden Arbeit haben wir auch viel Spaß im Büro, weil die Kollegen alle so nett sind. Trotz der anstrengenden Arbeit haben wir auch viel Spaß im Büro, weil die Kollegen alle so nett sind. Trotz der anstrengenden Arbeit haben wir auch viel Spaß im Büro, weil die Kollegen alle so nett sind. trotz der anstrengenden Arbeit haben wir auch viel Spaß im Büro, weil die Kollegen alle so nett bist. Ich lese immer ein Buch oder eine Zeitschrift, bevor ich ins Bett gehe. Das ist wichtig für unser Team. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich warte nicht mehr länger auf meinen Kollegen, sondern gehe zum Sport. Ich warte nicht mehr länger auf meinen Kollegen, sondern gehe zum Sport. Ich warte nicht mehr länger auf meinen Kollegen, sondern gehe zum Sport. Das Eichhörnchen läuft kopfüber den Baum hinunter. Das Eichhörnchen läuft kopfüber den Baum hinunter. Das Eichhörnchen läuft kopfüber den Baum hinunter. Der Flugkapitän bereitet das Flugzeug für die Landung vor. Regina ist sehr aufgeregt, als sie es mir erzählt. Regina ist sehr aufgeregt, als sie es mir erzählt. Regina ist sehr aufgeregt, als sie es mir erzählt. Das sind gute Neuigkeiten. Die Bäume im Garten müssen dringend beschnitten werden. Die Bäume im Garten müssen dringend beschnitten werden. Ich habe den Gärtner angerufen. Ich bin mit den Tulpen zufrieden, aber ich würde mich mehr über Rosen freuen. Ralf macht Pause. Er ruht sich aus und denkt über das bisher Erreichte nach. Ralf macht Pause. Er ruht sich aus und denkt über das bisher Erreichte nach. Ralf macht Pause. Er ruht sich aus und denkt über das bisher Erreichte nach. Der richtige Zeitpunkt für den ersten Kauf von Kinderschuhen ist dann, wenn dein Kind sicher auf den Beinen ist. Fitte junge Sprinter stehen an der Startposition im Stadion. Fitte junge Sprinter stehen an der Startposition im Stadion. Beim Hindernislauf beweisen die Teilnehmer Willensstärke, Ausdauer, Mut und Kraft. Bei der Hochzeit trug das Paar die gleichen Turnschuhe. Bei der Hochzeit trug das Paar die gleichen Turnschuhe. Die Zahlen sind eindeutig. Das Haus lässt sich problemlos finanzieren. Sollen wir einen Vertrag machen? Die Zahlen sind eindeutig. Das Haus lässt sich problemlos finanzieren. Sollen wir einen Vertrag machen? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Die Zahlen sind eindeutig. Wie? Die Zahlen sind eindeutig.